Entschuldigen Sie, könnte ich Sie kurz stören? Eine Frage, kennen Sie Rebound? Nein, kenn ich nicht. Nein, kenn ich nicht. Ja, was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich kenn keinen Musiker. Entschuldigen Sie, eine kurze Frage. Und zwar, kennen Sie Rebound? Okay, danke. Ich kenn das nicht. Entschuldigen Sie, kennen Sie Rebound? Nein? Nee, kennt er nicht. Ich kenn das nicht. Ich kenn das nicht. Ich kenn das nicht. Ich kenn das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020